Hallo, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Unser Auto ist aus der Lackiererei zurück. Die Abholung haben wir keinen Film von gemacht, sondern nur fotografiert. Aber die einzelnen Arbeitsschritte der Lackierung, die haben wir gefilmt und das zeigen wir jetzt im Anschluss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal zeigen wir die ersten Schritte, womit man das wieder zusammenbauen beginnt. Dann, wenn wir in den nächsten Wochen das Auto zusammenbauen, irgendwann auch mal den Motor reinhängen. Und dann gucken, dass das Projekt dann ein Ende findet. Ja, wir freuen uns über Ihr Like, wir freuen uns über Ihr Abonnement und wir freuen uns ganz besonders, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Dankeschön, tschüss. Bis zum nächsten Mal.